Ein wunderschönes Hallo und Willkommen bei The Last of Us mit mir, Ellie, diesen wunderschönen Pferdchen. Und wir sind fast bei den Fireflies, denke ich mal. Und jetzt gehen wir weiter. Ey, spring da. So. Äh, sind das Affen? Ja, eine ganze Art. Hui. Das gefällt mir gar nicht hier. Hier muss ein Zoo oder sowas gewesen sein. Na, den müssen wir da lang. Hm. Nö. Aber da lang. Oh, ey, guck erst hier nochmal. Hier kann man auch lang. Das wird wieder verwinkelt. Na gut, gehen wir da hinten lang. Oh, springt er da rüber? Nee. Ich hab hier auch meinen wunderschönen Flammenwerfer. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Ja, aber nur vielleicht. Das kommt mir alles sehr, sehr merkwürdig vor. Na los. Hey, da. Fireflies. Ich bin gleich wieder da. Wie ist das? Das ist gut. Zeichen der Fireflies. Los, wunsch. Los, wunsch. Hm. Okay. Und jetzt zum Tor. Das ist gar nicht mal weit. Das ist gar nicht mal weit. Pass gut auf. Du auch. Das gefällt mir alles gar nicht. Aber ich bin eigentlich ganz gut bewaffnet. Mir kann eigentlich nichts mehr so viel passieren. Campusplan. So viel sagt mir das aber auch nicht. Da war es Ellie. Na, oben komme ich nicht. Das ist schon mal gut. Geht nur in eine Richtung. Oh, Schere ist sehr gut. Tagebuch eines Studentens. Wie lange ging das wohl gut? Nichts drinne. Verdammt. Oh, Schere ist sehr gut. Verdammt. 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 Hmm. Das heißt nichts Gute. Oh, nee. Ich will nicht. Kann ich immer noch nicht bauen. Scheiße. Muss ich gar runter. Ein verfickter Klicker. Ein verfickter Klicker. Oh, nee. Ich kann die einfach nicht leiden, die Viecher. Da kämpfe ich lieber bei Left 4 Dead gegen 200 normale Zombies. Das ist EGRAFT. 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 Jetzt kommt er wieder raus, dass ich da rein gehen kann. Oha! Eklig! Da ist ein ganz fetter, oder? Oh, eklig! Ich weiß nicht, ob der mich sieht oder nicht. Na klar, der muss mich ja sehen. Scheiße! Fuck! Alter! Ah! Alter! Kasse, diese Viecher! Zeitungsausschnitt! Ah! Irgendwas mit dem Militär! So! Mein Gott! Eine schreckliche Welt hier! Alle tot! Da komm ich nicht rein! Immer mit der Ruhe! Nicht, dass hier auch noch welche sind! Kann ich eigentlich eine Nagelbombe bauen? Immer noch nicht! Immer noch nicht! Meine Güte! So! Was musste ich dir machen? Mach das Tor für uns ein! Ja! Ja! Wo muss ich denn da müssen? Ah! Wichtig! Jetzt muss ich ihn wieder anziehen! Schwung holen! Nochmal! Ui! Bäm! Scheiße! Mein Controller ist gleich alle! Shit! Los! Die Klicker! Die Klicker! Waren das Fireflies? Nein! Klicker? Nein, ich glaube nicht! Ich glaube, diesen Part kriegt noch fertig! Bill nutzte sie als Verteidigung! Vielleicht machen sie das auch! Ja! Das verstehe ich! Ah! Na? Ist hier hinten irgendwas? Nee! Nix! Dann gucken wir mal da! Hier muss doch irgendwas noch sein! Keine Wache! Kein gar nichts! Ja! Langsam sollten wir jemanden treffen! Gehen wir rein! Nee! Erstmal sammle ich den da noch ein! Kann ich mir eine Nagelbombe bauen! Jo! Jawoll! Jo! Gut mal! Ja! Ich bezweifle, dass hier noch einer ist! Hey! Da liegt auch was! Mein Gott! Überall! Oh! So ein Basteln! Wie? Warst du an so einer Schule? An der Universität? Hier! Nee, zumindest nicht als Student! Wie kam's? Ja... Als Sarah kam war ich noch sehr jung! Oh! Warst du verheiratet? Eine Weile! Was ist passiert? Okay! Zu viel? Zu viel! So, hier. Geredet. Hm. Irgendwie sollte man da noch reinkommen. Gomme ich da lang? Gehen wir. Gehen wir. Heute Hü. Oh, da ist auch's zu. Hm. Wie soll man da reinkommen? Warum sind die da so tot? Vermutig mal. Hey, was liegt denn da? Hier guck ich da auch mal. Hey, Elli. Das Pferd blockiert mich. Gewehrmunition. Was war das? So. So. Zelt für's Zelt abgesuchen. Oh, da. Das sollten wir. Hm, rutsch doch mal. Das geht netter. So, mal gucken. Da ist noch Licht an. Okay, na los. Hey, wie wär's da drüben? Ja, scheint der Eingang zu sein. Hm. Was mach ich hier? Achso. Ja, da ist ne Kette. So gerostet. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht kommen wir rüber. Vielleicht kommen wir rüber. Ja. Wo rüber? Rutsch doch mal. Puh. Hey, da ist ne Tür. Oben will das Pferd da nicht hoch. Mein Gott. Hey, hier geht's auch nicht. Oh, na scheiße. Wie kommen wir mit'n Dinner lang? Ähm, ja. Da ist auch so. Hui. Uah. Durch Zufall einen kleinen Container gefunden. Na, ob ich den hier halten kann, auf die Schräge? Der rollt da bestimmt runter. Ja, genau das hab ich gewusst. Okay, nicht das, was ich wollte. Aber es geht. Und den kann ich gleich hier ranstellen. Komm, Ellie. Oh, gut. Komm hoch. So, bevor wir da reingehen und gucken, was mit den Fireflies passiert ist, werde ich diesen Part Schluss machen. Und wir schauen uns im nächsten Part um. So, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.